Willkommen und hallo zum Campingplatz Simulator 2015. Wir sind hier mit unserem lustigen Gespann, mit meinem Schatzi, sag mal hallo. Hey. Und natürlich mit dem Bäuschen hier. Iis. Und wir sind jetzt von Samstag auf Sonntag hier und ist wirklich sehr schön hier. Ich kann mal ganz kurz rumzoomen. Ich hoffe, man hat was gesehen. Wir haben mal ganz kurz hier an die Wasserflaschen weggetreten. Weil die Marke muss... Wasser. Wasser weg. Die Marke muss man nicht unbedingt zeigen. Und ja, ich dachte, wir machen mal ein ganz kurzes Video. Mal mit seiner Cam, mit Sulvis Cam. Das meine. Ja, wo ich ihn auch bald hole, nächsten Monat. Und ja, jetzt tun wir noch ein bisschen Wasser trinken und ein bisschen Milch dazu. Dann hat sich die Sache... Da sind übrigens die Zelte, man kann mal ein bisschen raufgericht. Locker. Mega. Perfekt. Da noch, sieht man nicht geil, aber... Ja, ein bisschen größer. Und ja, da würde ich sagen, was... Wenn wir noch alles zeigen, ist das alles gesehen. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt weiß ich, wo ich schneiden muss. So, der Abend wurde jetzt erfolgreich beendet. Kann sein, dass ich ein bisschen fertig aussehe. Jetzt haben wir gerade 8 Uhr morgens am Sonntag. Und ich habe gerade, ich nehme einfach mal einen ganz kurzen Vlog auf, bevor ich dann duschen gehe. Weil es war gestern schon ziemlich warm und... Sollte man mal langsam duschen gehen, also... Aber ich könnte ja mal ganz kurz aufstehen, dann sieht man... Dann sieht man ein bisschen was von draußen. Ja, so sieht das aus. Und ich würde sagen, ich mache nochmal nachher ganz kurzes Video. Und bis dahin. Tschüss. So, Wochenende ist wieder vorbei. Wir haben es überlebt. Wir leben noch. Und dann machen wir jetzt gleich wieder heimwärts. Hier nochmal einen schönen Blick auf den See. Ich rede mal ein bisschen lauter, sonst hört man mich überhaupt nicht. Da oben haben wir vorhin geplanscht, haben aber leider kein Video. Weil, ja, hat keiner dran gedacht. Und weder mit meinem Handy noch mit seiner Cam haben wir jetzt ein Video gemacht. Er bringt gerade den Müll weg. Und wir kamen hier noch ein bisschen am See. Wie gesagt. Ja, dann würde ich das Video hier beenden. Den Blog vom Camping. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Und dann machen wir gleich los. Ich glaube, er kommt zu wieder. Bis dann. Tschüss.